Ich möchte dich gerne zu unserer 10-Tages-Weihnachtschallenge einladen. Ich habe Marc extra mitgebracht. Hallo. Und die Challenge geht so. Marc, heb doch mal das Päckchen auf, was du auspacken willst. Aber streck die Beine voll durch. Ja. Bitte probier mal. Probier, komm, probier. Oh, da tut es weh. Probier, schaffst du es nicht? Okay. Nee. Wir bringen dich dazu, dass du eine gute Chance hast und du zu Hause auch ein Weihnachten, deine Päckchen, wenn du magst, so auspacken zu können. Und nebenbei, das ist für deine Knie total gut, weil die Beweglichkeit, die wissen wir aus Erfahrung, die trägt dazu bei, dass du deine Knie-Schmerzen nicht bekommst oder loswirst. So, wie geht die Übung? Die Übung geht so. Marc, du machst einfach jetzt mit. Du stellst dich schulterbreit und du machst zu Hause am besten auch mit, weil diese Übung sollst du ja 10 Tage lang machen. Du beugst dich mit gestreckten Knien, die Füße in Parallelmark, beugst du dich nach vorne und achtest sehr darauf, dass die Knie gestreckt bleiben. Ja. Und jetzt guck mal, ob du die Hände auf die Knie legen kannst. Ja, das geht noch. Okay. Und dann gehst du runter, bis du eine Spannung im Rücken merkst oder in den Kniekehlen, bleibst dort und jetzt drückst du mit dem Rumpf deine Hände gegen deine Beine. Oh ja, da spürt man es. Drück mal richtig, drück mal richtig. Du sollst noch nicht bewegen. Du drückst nur mit dem Rumpf deine Hände gegen die Beine. Die Hände rutschen nicht an den Beinen entlang, die bleiben so. Dann lässt du locker und guckst mal und merkst, oh, es geht noch ein Stückchen tiefer. Mhm, ja. Und dann drückst du wieder mit dem Rumpf deine Hände gegen die Beine. Die Knie sind vollständig gestreckt. Wie intensiv ist die Dehnung jetzt bei dir? Schon sehr intensiv. Guck, dass du nicht zu extrem das machst. Auch für dich zu Hause, es muss gerade noch gut erträglich sein. Dann wieder locker lassen und noch ein Stückchen weiter. Und das machen wir noch ein drittes Mal. Nicht runter und wieder hoch machen. Du gehst nur so weit runter, wie du das gerade gut ertragen kannst. Wo ziehst du es bei dir am meisten? In den Kniekehlen oder im Rücken? In den Kniekehlen. Rücken gar nicht mal so sehr. Okay. Jetzt drückst du wieder mit deinem Rumpf nach unten die Hände gegen die Beine. Lässt locker und kommst wieder ein Stückchen tiefer. Aber nur, wenn du es noch gerade gut ertragen kannst. Jetzt so lange geht es noch. Wenn man langsam reingeht, geht es. Du darfst nie so sehr in die Intensität rein, dass du raus musst. Wenn man langsam reingeht, merke ich, geht es deutlich besser. Langsamer macht es aus. Okay. So. Und jetzt machen wir das schneller. Du drückst, lässt locker, gehst tiefer. Du drückst, lässt locker, gehst tiefer. Du drückst, lässt locker, gehst tiefer. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Jetzt bleibst du mit vollkommen gestreckten Knien dort, wo du bist, und greifst nach hinten an die Waden und ziehst dich mal ganz leicht und ohne Ruck Richtung oben. Dein Rücken will hoch und du lässt locker und gehst wieder ein bisschen tiefer. Aber immer in der Intensität bleiben, die gerade noch gut erträglich ist. Du ziehst wieder, lässt locker und gehst tiefer. Du ziehst wieder, lässt locker und gehst tiefer. Und schneller. Du ziehst locker tiefer. Du ziehst locker tiefer. Du ziehst locker tiefer. Aber du musst dich halten beim Ziehen. Ja? Dass du dich nicht bewegst. Du darfst beim Ziehen nicht rutschen. Ja. Du hältst fest, ziehst, lässt locker, bleibst so oder gehst noch ein Stückchen tiefer. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Und zum Schluss nimmst du die Hände weg von den Beinen und ziehst aus eigener Kraft die Beine, die Knie in die Streckung. Vollstrecken und zieh runter. Aber nicht wippen. Nicht wippen. Einfach konstant immer weiter runterziehen. Immer weiter runterziehen und kommst langsam wieder hoch. Und schwenkst ein bisschen die Beine. Und das machst du an jedem dieser zehn Tage mindestens einmal. Mach genau die Zeit, die wir das auch gemacht haben. Also so lange, wie wir es gemacht haben eben. Am besten mach es immer wieder mit uns zusammen. Und dann schreibst du bitte ganz viele Kommentare. Am besten sogar jeden Tag schreiben. Nimm ein Zentimetermaßen in die Hand und rutsche so entlang, wie tief du kommst. Und das vergleichst du immer. Diese Zentimeter, wenn es vorher vielleicht 20 Zentimeter waren. Wie weit geht es runter? Und Null heißt, du bist mit den Händen am Boden mit den Fingerspitzen. Und kannst dein Päckchen dann so auspacken. Und deine Knie werden es dir danken. Noch irgendwelche Fragen, Marc, zur Ausführung? Also Fragen nicht, aber was ich definitiv gemerkt habe, die Geschwindigkeit macht es aus. Dass man das langsam definitiv angehen sollte. Davor habe ich es oftmals schnell probiert. Und das war im Endeffekt nicht gut. Jetzt so langsam, wo ich es ganz langsam gemacht habe, ging es deutlich besser. Der Grund ist, dein Gewebe muss die Chance haben, nachzugeben. Und wenn du zu schnell reingehst, gibt es einen Widerstand in den Muskeln. Und diesen Widerstand kannst du dadurch beruhigen, dass du ganz langsam immer mehr reingehnst. Mach deine Erfahrungen, schreib dir Kommentare. Ich wünsche dir viel Glück. Und ich sehe dich schon, wie du alle deine Pakete mit gestreckten Beinen vom Boden aufhebst. Eine ganze Familie versuchst nachzumachen und schaffst es nicht. Dann empfehle ihnen, diese Challenge zu machen. Und dann wird es auch denen ähnlich gehen. Tschau. Tschüss.